Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Premiere Pro Tutorial. Viele von euch werden sicherlich ihren Ton und ihr Video getrennt aufnehmen. Zum Beispiel, weil das Mikrofon eurer Kamera nicht wirklich einen guten Klang hat oder weil ihr ein externes Mikrofon habt, aber eure Kamera nicht die Möglichkeit euch bietet, dieses daran anzuschließen. Dann sieht die Situation bei euch eigentlich aus wie auch bei mir. Das heißt, ihr habt eben eine Kamera, die hier euer Video, euer Bild aufnimmt, aber über ein eingebautes Mikrofon verfügt und zusätzlich dann noch dazu, so wie ich hier zum Beispiel gerade das Zoom H1, mit dem ihr dann euren Ton aufnimmt. Die Frage ist nun, wie bekommt ihr das Ganze synchron? Manuell über die Waveform geht es zwar, ist aber nicht ganz einfach, das immer genau hinzubekommen und vor allen Dingen, es ist zeitaufwendig. Und ich habe jetzt herausgefunden, wie ihr im Premiere Pro CC das im Prinzip mit Hilfe von drei Klicks synchron bekommt. Und wie genau das funktioniert, würde ich sagen, schauen wir uns doch direkt mal an. Ich habe jetzt hier schon mal Prime Pro geöffnet und auch schon ein Projekt angelegt, in dem sich alle für uns relevanten Dateien befinden. Das wäre zum einen mal die Kameradatei, also das Video eben von der Videokamera und der Ton dann von dem eingebauten Mikrofon der Kamera. Können wir uns gerne gleich mal anhören, wie sich das so anhört. Das Prime Pro Tutorial zu dem Thema, wie ihr eure Audio automatisch synchen könnt. Und wie ihr hört, ist die Audio wirklich alles andere als gut. Das Ganze halt sehr stark, ist natürlich viel zu leise. Und würde dann, wenn wir es lauter machen, auch sehr rauschen. Also sowas würde ich nicht wirklich auf YouTube hochladen. Und jetzt dazu der passende Audio Clip, also von dem Zoom H1, von dem digitalen Audio Recorder, hören wir uns auch gleich mal an. Das ist eine kleine Testaufnahme für mein neues Premiere Pro Tutorial zu dem Thema. Und da hört ihr auch schon gleich, das ist ein viel besserer Klang. Der ist lauter, der ist rauscher und auch die Dynamik passt viel besser. Also das Ganze klingt einfach eigentlich so, wie es klingen muss. Also fangen wir jetzt an, wie bei jedem normalen Video. Ich habe hier auch schon eine Sequenz und eine Timeline. Und wir nehmen einfach mal unsere Videodatei als erstes und ziehen die hier rein. Und da sehen wir auch schon mal hier unten die Waveform und sehen auch mal wieder, dass es nicht wirklich passt. Und als nächstes nehmen wir jetzt eben den Clip, also den Audio Clip von unserem digitalen Audio Recorder und schieben ihn einfach in die darunter folgende Audiospur. Nun, wie ihr seht, wurde das Ganze natürlich nicht gleichzeitig gestartet. Von dem her, schon mal vom Startpunkt oder so her, könnten wir es nicht synchronisieren. Wir müssten jetzt hier versuchen, anhand der Waveform, das irgendwie manuell zu machen. Natürlich könnte man das jetzt, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, besser machen, wie ich es jetzt habe und wahrscheinlich auch ganz genau hinbekommen. Aber es ist ja zeitaufwendig, wenn ihr das jetzt gleich hört. Merken werdet, passt das nicht wirklich. Dies ist eine kleine... Ja, da hat man Halt drin, da hat man Echo drin. Ist auf jeden Fall relativ unschön und das wollen wir natürlich nicht. Und wir wollen das Ganze jetzt eben ganz schnell perfekt synchron haben. Was müssen wir nun hierfür tun? Das Ganze ist sehr einfach. Ihr macht einfach hier eine Markierung auf beide Audiodateien, also einmal auf die Videodatei und einmal auf die Audiodatei. Natürlich sollten die so grob passen im Prinzip, so wie ich es hier auch gemacht habe. Also ihr markiert das Ganze einfach und macht einen Rechtsklick auf eine der beiden Dateien und dann findet ihr hier unter den ganz vielen Optionen einmal hier synchronisieren. Da klickt ihr dann drauf und bei euch ist wahrscheinlich hier immer Clip Start oder eben Clip Ende ausgewählt, aber wir brauchen jetzt hier Audio. Also ihr wählt einfach den Button aus, klickt hier auf OK und je nachdem wie stark euer PC ist und natürlich wie lang auch der Clip ist, dauert es unterschiedlich lang, geht aber relativ schnell. Und wenn wir es uns jetzt mal anhören, werdet ihr hören, das passt wirklich perfekt. Dies ist eine kleine Testaufnahme für mein neues Premiere Pro Tutorial zu dem Thema, wie ihr eure Audio automatisch synchen könnt. Und wenn ihr das Ganze jetzt synchron hört, dann hat das Tutorial funktioniert. Ich würde mal sagen, das Tutorial hat auf jeden Fall funktioniert, denn es passt wirklich perfekt und man kann sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass die Audio hier extern aufgenommen worden ist. Auch gerne nochmal hier einen direkten Vergleich, indem ich die Spur immer wieder mal auf stumm stelle. Dies ist eine kleine Testaufnahme für mein neues Premiere Pro Tutorial zu dem Thema, wie ihr euch... Ja, also ich denke mal, das ist eindeutig, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Der Klang ist viel, viel besser geworden. Natürlich ist es jetzt vielleicht für euch noch ein bisschen unpraktisch, damit jetzt weiter zu schneiden, denn hier hört ja der Clip früher auf wie der und man hat einfach auch sehr schnell die Gefahr, dass man das Ganze dann doch wieder verschiebt und man es wieder neu synchronisieren muss. Deshalb hier ein kleiner Tipp von mir am Rande. Und zwar, ich mache das immer so, ich zoome mir die Stelle, wo ich so oder so mit dem Clip beginnen würde. Das wäre jetzt bei mir hier, weil ich da eben anfange zu sprechen. Dann mache ich folgendes, ich cutte hier einmal die Videodatei eben und auch gleichzeitig die Audiodatei und schiebe das Ganze jetzt direkt am Anfang. Also löscht die zwei Dateien und schiebe es am Anfang. Das könnt ihr beides auf einmal machen, indem ihr Shift haltet und dann die Entfernen-Taste und habt ihr beides hier direkt am Anfang. Und dann könnt ihr jetzt ganz normal weiterschneiden, ihr könntet da eben auch hier was rausschneiden. Ich kann das auch mal kurz demonstrieren, natürlich passt es jetzt hier nicht. Aber in der Theorie würde es funktionieren und kann dann hier, natürlich sollte ich hier dann auch einen Cut setzen, das habe ich vergessen, genau. Und kann das mir jetzt hier markieren und mit der gleichen Technik so weiterschneiden, ohne dass sich hier irgendwie weiter dann was verschiebt und die Audio bleibt synchron. Und ihr habt dann eben auch den großen Vorteil, wenn ihr es gemacht habt, ihr könnt dann diese Audio hier, die alte löschen. Das würde ich euch so oder so empfehlen, weil in dem Fall ist es jetzt hier nicht so, aber ansonsten enthält die alte Audio vielleicht Störgeräusche oder ähnliches. Also man macht das eigentlich immer weg. Und um das zu tun, drückt ihr einfach Alt, also lasst das gedrückt auf eurer Tastatur und markiert dann hier nur die Audio, entfernt diese und dann könnt ihr eigentlich auch die hier wieder in den oberen Bereich, also in die erste Audiospur ziehen. Ja, das war es eigentlich auch schon hier zu diesem Tutorial. Wie gesagt, funktioniert leider nur in Primal Pro CC, aber dafür eben auch ziemlich gut. Falls euch dieses Tutorial gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben und einen positiven Kommentar da. Ansonsten bin ich für Fragen natürlich auch immer in den Kommentaren offen. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.